Ein Bookstream-Hörbuch Arthur Conan Doyle Der Rote Kreis Ein Sherlock-Holmes-Abenteuer Gelesen von Christoph Hackenberg Nun, Mrs. Warren, ich kann wirklich keinen Grund zu irgendwelcher Beunruhigung für Sie sehen, noch verstehe ich, weshalb ich, dessen Zeit wertvoll ist, mich in diese Angelegenheit mischen soll. So sprach Sherlock Holmes und wandte sich wieder dem Briefordner zu, in welchen er die Aufzeichnungen über seine letzte Tätigkeit einreite und registrierte. Aber Mrs. Warren besaß die Beharrlichkeit und Schlauheit ihres Geschlechts. Sie ließ sich nicht beirren. Voriges Jahr halfen Sie einem meiner Mieter in einer schwierigen Frage, sagte sie. Mr. Fairdale Hobbs Ach ja, eine einfache Sache. Und doch wird er nie aufhören, davon zu sprechen, von Ihrer Güte, Mr. Holmes, und wie Sie Licht in die dunkle Angelegenheit brachten. Ich erinnerte mich seiner Worte, als ich selbst jetzt auf einmal voll Zweifel und Sorge war. Ich weiß, Sie könnten, wenn Sie nur wollten. Holmes war der Schmeichelei zugänglich und auch, um ihm Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, der Liebenswürdigkeit. Mit einem Seufzer der Ergebenheit legte er seine Feder auf den Tisch und schob den Stuhl zurück. Gut, Mrs. Warren, lassen Sie also Ihre Geschichte hören. Sie gestatten doch, dass ich rauche. Danke sehr. Watson, Zündhalzer. Sie fühlen sich unbehaglich, soviel ich verstanden habe, weil Ihr neuer Mieter in seinen Zimmern bleibt und Sie ihn nie sehen. Aber ich bitte Sie, Mrs. Warren, wenn ich Ihr Mieter wäre, würden Sie oft wochenlang nichts von mir sehen. Zweifellos, Mr. Holmes, aber hier liegen die Dinge anders. Es beängstigt mich. Ich kann aus Furcht nicht schlafen. Immer seinen raschen Schritt über mir hin und her gehen zu hören, vom frühen Morgen bis spät in die Nacht und niemals auch nur einen Schimmer von ihm zu sehen. Das ist mehr, als ich ertragen kann. Mein Mann ist so erregt darüber wie ich, aber er ist den ganzen Tag fort bei seiner Arbeit, während ich nie davon loskomme. Was hat er zu verbergen? Was hat er getan? Außer dem Dienstmädchen bin ich ganz allein mit ihm im Hause und das halten meine Nerven nicht mehr lange aus. Holmes beugte sich vor und legte seine langen, mageren Finger auf die Schulter der Frau. Wenn er wollte, konnte er eine beinahe hypnotische Kraft der Beruhigung ausüben. Der gequälte Ausdruck wich aus ihren Augen und ihr aufgeregtes Gesicht zeigte allmählich wieder mehr Fassung. Sie setzte sich auf den Stuhl, welchen er ihr anbot. Wenn ich mich damit beschäftigen soll, muss ich jede Einzelheit wissen, sagte er. Überlegen Sie in Ruhe. Der kleinste Punkt ist vielleicht der wichtigste. Sie sagten, der Mann sei vor zehn Tagen gekommen und hätte Ihnen Wohnung und Verpflegung für 14 Tage voraus bezahlt? Er fragte mich nach meinen Bedingungen. Ich sagte 50 Schilling die Woche. Es ist ein kleines Wohn- und Schlafzimmer im Giebel des Hauses und volle Verpflegung. Nun? Er sagte, ich zahle Ihnen fünf Pfund in der Woche, wenn Sie auf gewisse Bedingungen eingehen. Ich bin eine arme Frau, Mr. Holmes, und mein Mann verdient wenig. Dies Geld bedeutet eine große Summe für uns. Er zog eine Zehn-Pfund-Note heraus und hielt sie mir unter die Augen. Dasselbe können Sie für lange Zeit alle 14 Tage haben. Wenn Sie die Bedingungen erfüllen, sagte er. Wenn nicht, so will ich nichts mehr mit Ihnen zu tun haben. Worin bestanden diese Bedingungen? Erstens wollte er einen Hausschlüssel haben. Das ist ganz in der Ordnung. Viele Mieter haben Hausschlüssel. Ferner will er vollständig sich selbst überlassen bleiben und darf niemals und aus gar keinem Grund gestört werden. Das ist doch wirklich nichts Merkwürdiges. An und für sich nicht, Mr. Holmes. Und doch ist seine Lebensweise ohne Sinn und Verstand. Er wohnt nur zehn Tage bei uns. Und weder ich noch mein Mann oder das Mädchen haben je das Geringste von ihm erblickt. Wir können diesen schnellen Schritt ruhelos über uns hören. Hin und her, hin und her. Nachts, morgens und abends. Aber den ersten Abend ausgenommen, ist er nicht ein einziges Mal ausgegangen. Oh, in der ersten Nacht ging er also aus? Ja, Mr. Holmes, und kam sehr spät zurück, als wir schon alle zu Bett waren. Als er die Zimmer mietete, hatte er mir schon gesagt, dass er das tun würde, und mich gebeten, die Haustüre nicht zu verriegeln. Ich hörte ihn nach Mitternacht heimkommen. Aber seine Mahlzeiten? Auf seine besondere Anweisung hin müssen wir immer, wenn er läutet, die Mahlzeiten auf einen Stuhl vor seine Türe setzen. Dann läutet er wieder, wenn er fertig ist, und wir nehmen die Sachen vom selben Stuhl wieder weg. Wenn er irgendetwas braucht, so schreibt er es in Druckbuchstaben auf einen Fetzen Papier und legt ihn zu dem Essgeschirr. In Druckbuchstaben? Ja, Mr. Holmes, in Druckbuchstaben mit Bleistift. Nur das betreffende Wort. Nicht mehr. Hier ist einer, den ich mitbrachte, um ihn Ihnen zu zeigen. Seife. Hier, ein anderer. Zündholz. Da ist der, den er am ersten Morgen herauslegte. Daily Gazette. Ich lege ihm die Zeitung jeden Morgen auf sein Frühstücksbrett. Wahrhaftig, Watson, sagte Holmes mit großem Interesse, die Papierfetzen betrachtend, die die Hauswirtin ihm gegeben hatte. Das ist sicherlich ungewöhnlich. Zurückgezogenheit kann ich verstehen, aber warum Druckbuchstaben, das geht so langsam, warum schreibt er nicht in Korrentschrift? Was bezweckt er damit? Er wünscht, seine Handschrift zu verbergen. Aber warum? Was kann es ihm schaden, wenn seine Wirtin ein Wort in seiner Schrift liest? Doch mag es sein, wie du sagst, aber warum nur immer diese einzelnen Wörter? Ich kann es mir nicht erklären. Hier öffnet sich ein weites Feld für vernünftige Überlegung. Die Wörter sind mit einem gewöhnlichen stumpfen, violett gefärbten Bleistift geschrieben. Du kannst sehen, dass das Papier hier an der Seite abgerissen wurde, nachdem das Wort schon geschrieben war. Das S von Seife ist teilweise mit abgerissen worden. Schlau, Watson, nicht? Aus Vorsicht? Natürlich. Es war irgendein Zeichen auf dem Papier, ein Fingerabdruck, irgendetwas, das Aufklärung über die Persönlichkeit des Mieters hätte geben können. Sie sagten, Mrs. Warren, dass der Mann von mittlerer Größe war, dunkelhaarig und einen Bart trug? Wie alt ist er wohl? Ziemlich jung, nicht über dreißig. Gut. Können Sie mir sonst noch Mitteilungen über ihn machen? Er sprach ein gutes Englisch, Mr. Holmes. Und doch hielt ich ihn seiner Aussprache nach für einen Ausländer. Und er war gut gekleidet? Sehr elegant gekleidet, Mr. Holmes, ganz Gentleman, dunkler Anzug, nichts Auffälliges. Er gab keinen Namen an? Nein, Mr. Holmes. Und er hielt nie Briefe oder Besuche? Keine. Aber Sie oder das Dienstmädchen betreten doch morgens seine Zimmer? Nein, Mr. Holmes, er bedient sich ganz selbst. Wahrhaftig. Das ist wirklich merkwürdig. Wie verhält sich's mit seinem Gepäck? Er hatte einen großen braunen Koffer bei sich, sonst nichts. Von großem Nutzen kann uns das alles nicht sein. Ist wirklich nichts aus dem Zimmer herausgekommen? Absolut nichts? Die Hauswirtin zog einen Briefumschlag aus ihrer Tasche. Aus ihm schüttelte sie zwei angebrannte Zündhölzer und einen Zigarettenstummel auf den Tisch. Sie lagen auf seinem Servierbrett heute Morgen. Ich brachte sie mit, weil mir erzählt worden war, dass sie große Sachen aus kleinen Dingen herauslesen können. Holmes zuckte mit den Schultern. In diesem Fall wohl kaum, sagte er. Die Zündhölzer haben natürlich dazu gedient, die Zigarette anzuzünden. Das lässt sich aus der Kürze des verbrannten Teils erkennen. Um eine Pfeife oder Zigarre anzuzünden, braucht man ein halbes Streichholz. Aber hier, der Zigarettenstummel ist wirklich merkwürdig. Der Herr trug voll und schnurrbart, sagten sie. Jawohl, Mr. Holmes. Das verstehe ich nicht. Dies hier kann nur ein glatt rasierter Mann geraucht haben. Was meinst du, Watson? Selbst dein bescheidener Schnurrbart wäre versenkt worden. Ein Röhrchen, vermutete ich. Nein, nein, das Ende ist verkaut. Halten sich nicht vielleicht zwei Personen in ihren Zimmern auf, Mrs. Warren? Nein, Mr. Holmes. Er ist so wenig, dass ich mich oft wundere, wie jemand dabei bestehen kann. Nun, wir müssen abwarten, bis wir mehr Material beieinander haben. Allem nach haben sie keinen Grund zur Klage. Sie haben ihre Mieter erhalten, und er ist kein lästiger, wenn auch ein ungewöhnlicher Mieter. Er bezahlt sie gut, und wenn er in Verborgenheit leben will, so geht sie das ja nichts weiter an. Wir haben keine Veranlassung, uns in sein Privatleben einzumischen, solange wir nicht Ursache haben anzunehmen, dass ein verbrecherischer Grund für sein Verhalten vorliegt. Ich habe mich der Sache angenommen, und ich werde sie nicht aus dem Gesicht verlieren. Berichten Sie mir, wenn sich irgendetwas Neues ereignet, und verlassen Sie sich auf meinen Beistand, wenn er nötig werden sollte. In dieser Sache sind einige interessante Punkte, Watson, bemerkte er, als die Hauswirtin uns verlassen hatte. Es kann ganz gewöhnliche Überspanntheit sein, es kann aber auch etwas sehr viel Ernsteres sein, als es an der Oberfläche erscheint. Das Erste, was einem auffällt, ist die offensichtliche Möglichkeit, dass die Person, welche jetzt die Zimmer inne hat, eine ganz andere ist, als diejenige, welche sie mietete. Woraus schließt du das? Nun, abgesehen von dem Zigarettenstummel, ist es nicht auffallend, dass der einzige Ausgang des Mieters stattfand, unmittelbar nachdem er die Zimmer gemietet hatte? Er kam zurück, oder jemand kam zurück, als keine Zeugen mehr um den Weg waren. Was beweist uns, dass diejenige Person, welche zurückkam, die gleiche war, welche fortging? Dann weiter. Der Mann, der die Zimmer mietete, sprach gut Englisch, der andere dagegen schreibt mit Druckbuchstaben Zündholz anstatt Zündhölzer. Ich kann mir vorstellen, dass das Wort einem Wörterbuch entnommen würde, das nur die Einzahl, aber nicht die Mehrzahl angibt. Der kurze Stil sollte den Mangel an Kenntnis der englischen Sprache verbergen. Ja, Watson, genug Gründe zu dem Verdacht, dass hier eine Vertauschung der Mieter stattgefunden hat. Aber zu welchem Zweck denn? Ja, hier liegt eben unsere Aufgabe. Es gibt ein Feld für unsere Nachforschungen, das sich schon oft als ertragreich erwiesen hat. Damit holte er das große Buch herunter, in welches er täglich die Seufzer-Ecken der zahlreichen Londoner Zeitungen einreite. Himmel, sagte er, indem er die Blätter umwandte. Welcher Chor von Seufzer, Notschreien und Bitten, welche Ansammlung sonderbarer Geschehnisse, aber sicherlich der wertvollste Jagdgrund für denjenigen, welcher sich für das Ungewöhnliche interessiert. Dieser Mann ist allein und kann durch Briefe nicht erreicht werden, ohne dass das strenge Geheimnis, an dem ihm so viel liegt, durchbrochen werden müsste. Wie kann ihn irgendeine Nachricht oder Botschaft von außerhalb erreichen? Ohne Zweifel durch eine Anzeige in einer Zeitung. Ich wüßte keinen anderen Weg, und glücklicherweise haben wir es hier mit einer einzigen Zeitung zu tun. Hier sind die Ausschnitte aus der Daily Gazette der letzten 14 Tage. Dame mit schwarzer Bohr in Fürsts Schlittschuh-Club. Das können wir überspringen. Jimmy, du wirst das Herz deiner Mutter brechen. Das gehört auch nicht hierher. Wenn die Dame, welche im Omnibus nach Briarton ohnmächtig wurde, sie interessiert mich nicht, täglich sehnt sich mein Herz. Hoffnungsloses Gestöhne. Ah, dies hier scheint besser zu passen. Höre einmal. Sei geduldig. Werde Mittel und Wege finden, dich zu benachrichtigen. Inzwischen diese Zeitung. Geh. Dies erschien zwei Tage, nachdem Mrs. Warrens Mieter eingezogen war. Es klingt wahrscheinlich, nicht wahr? Der Unbekannte versteht Englisch, wenn er es auch nicht schreiben kann. Wir wollen sehen, ob wir die Spur noch weiterhin verfolgen können. Ja, hier ist etwas. Drei Tage später. Treffe erfolgreiche Abkommen. Geduld und Vorsicht. Die Wolken werden vorüberziehen. Geh. Danach nichts mehr. Eine ganze Woche lang. Dann kommt eine viel bestimmtere Nachricht. Der Weg klärt sich. Wenn ich Gelegenheit habe, dann Signalbotschaft. Erinnere an verabredete Zeichen 1a, 2b und so weiter. Du wirst bald von mir hören. Geh. Das war in der gestrigen Zeitung und heute steht nichts drin. Es passt alles recht gut auf Mrs. Warrens Mieter. Wenn wir noch ein wenig warten, Watson, so zweifle ich nicht, dass die Sache verständlicher wird. So war es auch. Als ich am nächsten Morgen das Wohnzimmer betrat, stand mein Freund vor dem Kamin, den Rücken gegen das Fenster und auf den Zügen ein Lächeln, vollständiger Befriedigung. Wie findest du das, Watson? rief er, indem er die Zeitung vom Tisch aufnahm. Hohes, rotes Haus mit weißer Steinfassade. Dritter Stock. Zweites Fenster rechts. Nach Einbruch der Dämmerung. Geh. Das ist deutlich genug. Ich denke, wir machen nach dem Frühstück einen kleinen Forschungsgang durch Mrs. Warrens Wohnviertel. Ah, Mrs. Warren, welche Neuigkeiten bringen Sie uns heute Morgen? Unsere Kundin war plötzlich in heftiger Bewegung ins Zimmer gestürzt, was auf eine neue und wichtige Entwicklung der Dinge schließen ließ. Es ist ein Fall für die Polizei, Mr. Holmes, schrie sie. Ich will nichts mehr damit zu tun haben. Er soll machen, dass er aus meinem Haus kommt. Ich wäre direkt zu ihm hinaufgegangen, um ihm das zu sagen. Doch dachte ich, es wäre höflicher, erst Ihre Meinung zu hören. Aber ich bin am Ende meiner Geduld, wenn es bis zur Misshandlung meines alten Mannes kommt. Mr. Warren misshandelt? Wenigstens recht roh behandelt. Aber wer behandelte ihn roh? Das möchten wir ja gerade wissen. Es war heute Morgen, Mr. Holmes. Mr. Warren ist Aufseher in der Fabrik von Morton & Waylight in Tottenham. Er muss vor sieben Uhr aus dem Haus gehen. Nun, heute früh war er noch keine zehn Schritte die Straße heruntergegangen, als ihn zwei Männer von hinten überfielen, ihm einen Rock über den Kopf werfen und ihn in eine Kutsche schoben, die er am Straßenrand hielt. Sie fuhren eine Stunde mit ihm herum, dann öffneten sie den Schlag und stießen ihn hinaus. Er lag auf der Straße, so betäubt und verwirrt, dass er nicht sah, was aus der Kutsche wurde. Als er sich aufrappelte, bemerkte er, dass er sich auf der Hampstetter Heide befand. So nahm er einen Omnibus und liegt nun zu Hause auf dem Bett, während ich direkt zu ihnen gelaufen bin, um ihnen alles zu berichten. Sehr interessant, sagte Holmes. Konnte er das Äußere dieser Männer erkennen? Hörte er sie sprechen? Nein, er ist ganz verwirrt. Er weiß nur, dass er wie durch Zauber in den Wagen gehoben und wie durch Zauber wieder auf die Straße gesetzt wurde. Zwei Leute waren sicher bei ihm, vielleicht auch drei. Sie bringen diesen Angriff in Verbindung mit Ihrem Mieter? Wir leben jetzt 15 Jahre in diesem Haus und nie ist etwas derartiges passiert. Ich habe genug von dem Menschen. Geld allein tut's auch nicht. Ehe der Tag herum ist, muss er mir aus dem Haus. Warten Sie noch ein wenig, Mrs. Warren. Überstürzen Sie nichts. Ich habe allmählich den Eindruck, als sei diese Angelegenheit sehr viel wichtiger, als es zuerst den Anschein hatte. Es ist mir jetzt ganz klar, dass Ihre Mieter irgendeine Gefahr droht. Es ist mir auch klar, dass seine Feinde, die in der Nähe ihrer Haustüre auf ihn lauerten, ihren Mann in dem dunstigen Morgenlicht für ihn hielten. Als sie ihren Fehlgriff entdeckten, ließen sie ihn frei. Was sie getan haben würden, wenn es kein Fehlgriff gewesen wäre, das können wir nur vermuten. Was soll ich denn tun, Mr. Holmes? Ich habe große Lust, Ihren Mieter zu sehen, Mrs. Warren. Ich weiß nicht, wie sich das machen ließe, es sei denn, Sie brechen die Türe ein. Ich höre ihn immer auf und zuschließen, wenn er seine Mahlzeiten von dem Stuhl hereinholt. Er muss das Servierbrett von dem Stuhl wegnehmen. Gewiss könnten wir uns irgendwo verbergen und ihn dabei beobachten. Die Hauswirtin überlegte einen Augenblick. Ja, Mr. Holmes, es ist eine Kofferkammer gegenüber. Ich könnte vielleicht einen Spiegel aufhängen und wenn Sie hinter der Türe stehen... Großartig, sagte Holmes. Wann ist er zu Mittag? Um ein Uhr, Mr. Holmes. Dr. Watson und ich werden zur rechten Zeit dort sein. Für jetzt, Mrs. Warren, auf Wiedersehen. Um halb ein Uhr befanden wir uns vor Mrs. Warrens Haus, einem hohen, schmalen, gelben Backsteinhaus in der großen Orm Street, einem schmalen Durchgang auf der Nordseite des Britischen Museums. Da es nahe einer Straßenkreuzung steht, so sieht man von ihm aus die Howe Street hinunter mit ihren anspruchsvollen Gebäuden. Holmes deutete mit einer Schulterbewegung nach einem derselben, einem großen, eleganten Mietshaus. Sieh dorthin, Watson, sagte er. Hohes, rotes Haus mit weißer Steinfassade? Das ist sicher die Signalstation. Wir kennen den Ort und wir kennen den Code. So wird unsere Aufgabe einfach sein. Im Fenster hängt ein Schild. Zu vermieten. Das Stockwerk scheint leer zu sein und der Verbündete hat Zutritt dazu. Nun, Mrs. Warren, wie steht's? Ich habe alles bereit für Sie. Wollen Sie bitte Ihre Stiefel unten im Vorplatz lassen und mit mir heraufkommen? Ich will Ihnen den Ort zeigen. Es war ein vortreffliches Versteck, welches sie vorbereitet hatte. Der Spiegel war so angebracht, dass wir aus unserer dunklen Ecke die gegenüberliegende Türe doch sehr deutlich sehen konnten. Kaum hatte uns Mrs. Warren verlassen, als ein fernes Klingelzeichen ankündigte, das unser geheimnisvoller Nachbar geläutet hatte. Alsbald erschien die Hausfrau mit dem Brett, setzte es auf dem Stuhl neben der verschlossenen Türe und verschwand dann wieder, schwer auftretend. In dem Türwinkel zusammengedrückt ließen wir kein Auge von dem Spiegel. Plötzlich, als die Schritte der Frau nur noch von fern zu hören waren, drehte sich der Schlüssel im Schloss, die Türklinke bewegte sich und zwei schmale Hände fuhren eilig heraus und nahmen das Brett vom Stuhl weg. Aber sofort wurde es wieder abgestellt und ich konnte einen kurzen Augenblick lang ein schönes dunkles Köpfchen sehen, welches mit entsetzten Augen nach der halboffenen Kammertüre blickte. Dann wurde die Zimmertüre zugeworfen, der Schlüssel drehte sich wieder und alles war still. Holmes zupfte mich am Ärmel und wir stahlen uns wieder die Treppe hinunter. Ich will heute Abend noch einmal vorbeikommen, sagte er zu der erwartungsvollen Hauswirtin. Ich meine, Watson, wir sprechen über diese Dinge besser in unserer eigenen Wohnung. Wie du gesehen hast, hat meine Vermutung gestimmt, sagte er aus der Tiefe seines Clubsessels heraus. Es hat ein Austausch der Mieter stattgefunden. Was ich aber nicht voraussah, war, dass wir eine Frau vorfinden würden und keine gewöhnliche Frau, Watson. Sie sah uns. Sie sah etwas, was sie beunruhigte, das stimmt. Die Zusammenhänge sind mir ganz klar. Ein Paar sucht in London Schutz vor einer sehr drohenden großen Gefahr. Der Maßstab für die Gefahr ist die Strenge der Vorsichtsmaßregeln. Der Mann, der irgendwelche Geschäfte zu erledigen hat, wünscht die Frau inzwischen in absoluter Sicherheit zu wissen. Das ist keine leichte Aufgabe und doch hat er sie in so origineller Weise gelöst, dass selbst die Hausfrau, welche die Frau mit Nahrung versorgte, nichts von ihrer Anwesenheit wusste. Es ist klar, dass die Benutzung von Druckbuchstaben den Zweck hatte, die Entdeckung des Geschlechts des Bewohners der Zimmer aus der Handschrift zu verhindern. Der Mann kann die Frau nicht besuchen, ohne den Feinden den Weg zu ihr zu weisen. Da er keine direkte Verbindung mit ihr hat, so nimmt er seine Zuflucht zu der Seufzer-Ecke einer Zeitung. So weit ist alles klar. Aber was liegt dem allen zugrunde? Ach ja, Watson, praktisch wie gewöhnlich. Was liegt dem allen zugrunde? Mrs. Warrens wunderliche Befürchtungen rechtfertigen sich immer mehr und geben, je länger wir uns damit beschäftigen, das Bild eines ernsten Falls. So viel ist sicher, dass es keine gewöhnliche Liebesgeschichte ist. Wir haben das angstvolle Gesicht der Frau gesehen, wir haben von dem Überfall auf Mr. Warren gehört, der unzweifelhaft dem Mieter gegolten hat. Alles beweist, dass es sich um eine Sache auf Leben oder Tod handelt. Der Angriff auf Mr. Warren beweist ferner, dass die Feinde, wer sie auch immer sein mögen, nichts von dem Austausch des männlichen Mieters gegen den weiblichen wissen. Es ist eine sonderbare und komplizierte Geschichte, Watson. Willst du dich noch länger damit befassen? Was kannst du dabei gewinnen? Gewiss nicht viel, aber der Fall interessiert mich. Als du noch deinen Beruf als Arzt ausübtest, hast du dich auch mit gewissen Fällen beschäftigt, ohne einen Gedanken an Entlohnung? Zu meiner Weiterbildung, Holmes. Weiterbildung hört nie auf, Watson. Auch dies hier ist ein lehrreicher Fall. Es ist dabei weder Geld noch rum zu ernten, und doch kann ich nicht ruhen, ehe ich eine Lösung gefunden habe. Bei Einbruch der Dunkelheit werden wir eine Stufe weiter in unseren Nachforschungen sein. Als wir zu Mrs. Warren zurückkehrten, hing der düstere Winterabend wie ein dichter grauer Vorhang in den Londoner Straßen, durchbrochen einzig von den gelben Vierecken der beleuchteten Fenster und den verschwommenen Lichtkreisen der Gaslaternen. Als wir aus Mrs. Warrens verdunkeltem Wohnzimmer auf die Straße späten, fiel uns ein schwacher Lichtschein auf, welcher aus der Richtung des bewussten Hauses in der House Street zu kommen schien. »Dort bewegt sich etwas?«, flüsterte Holmes mit angespannter Aufmerksamkeit durch die Fensterscheibe spähend. »Ja, ich kann einen Schatten sehen. Jetzt wieder. Er hat eine Kerze in der Hand. Jetzt beugt er sich zum Fenster hinaus. Er will sich überzeugen, ob sie auf dem Posten ist. Jetzt gibt er Zeichen. Zähle, Watson, damit wir uns nachher gegenseitig kontrollieren können. Ein einziges Zeichen, das ist gewiss A. Weiter. Wie viel hast du? 19? Ich auch. Das heißt T. Also A-T. Also, noch einmal. T. Und nun folgten E-N-T-A. Wir waren verblüfft. Benützen Sie eine Chiffre? Das kann doch nicht alles sein, Watson. »Attenta?« Gibt keinen Sinn. Es gibt auch keinen Sinn, wenn man es in zwei oder drei Worte teilt. Jetzt geht es wieder los. Was soll das heißen? »Attä?« »Wie?« Dieselbe Botschaft noch einmal? »Sonderbar, Watson, sehr sonderbar.« Jetzt ist es wieder aus. »Attä.« Nun wiederholt er sie zum dritten Mal. »Attenta.« »Dreimal.« Wie oft will er das Wort wiederholen? Aber jetzt scheint wirklich Schluss zu sein. Er hat sich vom Fenster zurückgezogen. »Wofür hältst du das alles, Watson?« »Für eine Signalbotschaft, Homs.« Mein Freund fing plötzlich an zu kichern. »Und nicht einmal schwierig zu entziffern,« sagte er. »Das ist natürlich italienisch. Das A am Schluss bedeutet, dass die Botschaft an eine Frau gerichtet ist. Hüte dich, hüte dich, hüte dich, hüte dich. Was hältst du davon, Watson?« »Ich glaube, du hast das Rechte getroffen.« »Kein Zweifel daran.« »Es ist eine recht dringende Botschaft.« »Dreimal wiederholt, um sie noch eindringlicher zu machen.« »Aber wovor soll sie sich hüten?« »Einen Augenblick.« »Er kommt wieder ans Fenster.« Wieder sahen wir die schwachen Umrisse eines vorgebeugten Mannes und das Flackern der kleinen Flamme. Diesmal kamen die Zeichen schneller, so schnell, dass es schwer war, nachzuzählen. »Pericolo. Pericolo. Was heißt das? Gefahr. Nicht, Watson? Ja, Himmel, es ist ein Warnungssignal. Jetzt kommt es wieder. Peri. Hallo, was mag das?« Das Licht war plötzlich erloschen. Das schwach erleuchtete Fensterviereck war verschwunden und das dritte Stockwerk des Mietshauses bildete ein dunkles Band um das hohe Gebäude zwischen den Reihen erleuchteter Fenster. Der letzte Warnungsruf war unterbrochen worden. Wie und durch wen? Diese Frage entstand gleichzeitig in uns beiden. Holmes wandte sich mir lebhaft zu. »Es wird ernst, Watson«, rief er. »Irgendeine Teufelei geht dort vor sich. Wie könnte eine solche Botschaft sonst auf diese Weise endigen? Ich sollte die Polizei darauf aufmerksam machen. Jedoch wir dürfen unsere Beobachtungen jetzt nicht unterbrechen. Soll ich zur Polizei laufen? Wir müssen erst selbst etwas klarer in der Sache sehen. Vielleicht findet alles eine ganz harmlose Erklärung. Komm, Watson, wir wollen hinübergehen und sehen, was zu tun ist.« Als wir eilig der Howe Street zuschritten, blickte ich zurück nach dem Haus, welches wir soeben verlassen hatten. Da am Giebelfenster konnte ich die schwachen Umrisse einer Gestalt, einer weiblichen Gestalt erkennen, welche unverwandt starr in die Nacht hinausblickte und mit atemloser Angst auf die Wiederholung der unterbrochenen Botschaft wartete. Am Eingang zu dem großen Mietshaus lehnte ein Mann, in Schal und Mantel gehüllt. Als das Licht der Vorhalle auf unsere Gesichter fiel, richtete er sich auf. »Holmes«, rief er. »Wahrhaftig, Gregson«, sagte mein Gefährte, als er dem Detektiv von Scotland Yard die Hand schüttelte. »Was tun Sie hier?« »Wahrscheinlich dasselbe wie Sie«, sagte Gregson. »Doch kann ich mir nicht denken, woher Sie etwas davon wissen.« »Verschiedene Fäden, die zum selben Knoten führen. Ich habe soeben die Signale aufgefangen.« »Signale?« »Ja, vom Fenster aus. Sie brachen plötzlich ab. Wir kamen herüber, um die Ursache kennenzulernen. Doch da die Sache sicher in Ihren Händen ruht, sehe ich keinen Grund, mich einzumischen.« »Warten Sie ein wenig«, rief Gregson eifrig. »Ich muss Ihnen Gerechtigkeit widerfahren lassen. Ich habe mich stets stärker gefühlt, wenn ich Sie an meiner Seite wußte. Dies hier ist der einzige Ausgang des Gebäudes, so haben wir ihn ganz sicher.« »Wen ihn?« »Nun, diesmal sind wir Ihnen über, Mr. Holmes. Das müssen Sie zugeben.« Er stieß mit seinem Stock scharf gegen den Boden, worauf ein Mann aus einer Taxe stieg, welcher auf der gegenüberliegenden Seite der Straße hielt und auf uns zukam. »Darf ich Sie, Mr. Sherlock Holmes, vorstellen«, sagte Gregson. »Dies ist Mr. Leverton von Pinkertons Detektivinstitut in Amerika.« »Der Held der geheimnisvollen Kellergeschichte auf Long Island?«, sagte Holmes. »Mr. Leverton, ich.« »Der Held der geheimnisvollen Kellergeschichte auf Long Island?«, sagte Holmes. »Mr. Leverton, ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen.« Der Amerikaner, ein stiller junger Mann mit glattrasiertem, scharf geschnittenem Gesicht, errötete bei diesen lobenden Worten. »Ich bin auf der größten Fährte meines Lebens, Mr. Holmes,« sagte er, »wenn ich Giorgiano fangen könnte.« »Wie, Giorgiano? Vom Roten Kreis?« »Oh, hat er auch europäischen Ruf? In Amerika wissen wir viel von ihm. Wir wissen, dass er an der Spitze von 50 Mördern steht, und doch wissen wir nichts Bestimmtes, um ihn fassen zu können. Ich folgte seiner Spur von New York herüber und bin nun seit einer Woche in London hinter ihm her, auf irgendeinen Grund lauernd, um ihn fassen zu können. Mr. Gregson und ich folgten ihm bis hier in dieses große Haus, und da es nur diesen einen Ausgang hat, so kann er uns nicht entwischen. Drei Leute haben inzwischen das Haus verlassen, doch ich kann schwören, dass er nicht darunter war. »Mr. Holmes erzählt von Signalen,« sagte Gregson. »Ich nehme wie gewöhnlich an, dass er ein gut Teil mehr weiß als wir.« In wenigen kurzen Worten erzählte Holmes, was wir beobachtet hatten. Der Amerikaner schlug die Hände zusammen vor Verdruss. »Er hat Wind von uns bekommen,« rief er. »Wieso meinen Sie?« »Nun, anders lässt es sich nicht erklären. Hier ist er und gibt seinen Verbündeten ein Zeichen. Es sind verschiedene von seiner Bande in London. Dann, gerade als er im Begriff ist, ihnen mitzuteilen, dass Gefahr droht, bricht er plötzlich ab. Was kann das anderes bedeuten, als dass er uns vom Fenster aus entdeckt hat, oder sonst wie erfahren, wie drohend die Gefahr ist und sich eiligst davon gemacht hat, um hier zu entgehen? Wozu raten Sie, Mr. Holmes, dass wir sofort hinaufgehen und selbst nachsehen? Aber wir haben keine Vollmacht zu seiner Verhaftung.« »Er hält sich unter verdächtigen Umständen in unbewohnten Räumen auf,« sagte Gregson. »Das genügt für den Augenblick. Wenn wir ihn erst am Kragen haben, so wird New York uns schon helfen, ihn festzuhalten. Ich nehme die Verantwortung seiner Verhaftung auf mich.« Unsere amtlichen Detektives sind häufig Stümper in Sachen des Verstands, doch nie, wenn es sich um persönlichen Mut handelt. Ruhig und geschäftsmäßig stieg Gregson die Treppe hinauf, um diesen gefährlichen Mörder festzunehmen, als handelte es sich um eine Treppe im Gerichtsgebäude. Der Mann von Pinkertons Detektivinstitut hatte versucht, sich vorzudrängen, aber Gregson hielt ihn mit dem Ellbogen zurück. Die Glastüre zum dritten Stockwerk stand halb offen. Gregson stieß sie auf. Drinnen war alles still und dunkel. Als das Licht heller wurde, hielten wir alle vor Überraschung den Atem an. Auf dem Fußboden waren frische Blutspuren, welche bis zu einer geschlossenen Türe führten. Gregson riss sie auf und ließ den vollen Schein seiner Lampe vor sich herfallen, während wir gespannt über seine Schultern blickten. Mitten auf dem Fußboden des leeren Raumes lag in einem breiten Kreis von Blut der Körper eines riesigen Mannes. Das glatt rasierte, gebräunte Gesicht war schauerlich verzerrt, das Haupt von einem unheimlichen, feuchten, roten Band umgeben. Die Knie waren hinaufgezogen und die Hände in Todesangst gespreizt. Aus seinem starken, braunen Hals ragte das Heft eines tief in den Körper gestoßenen Messers. Der Riese musste bei diesem schrecklichen Stoß wie ein gefällter Ochse zusammengebrochen sein. Neben seiner rechten Hand lag ein furchtbarer zweischneidiger Dolch mit Horngriff auf dem Boden und daneben ein schwarzer Lederhandschuh. »Bei Gott, es ist der schwarze Giorgiano selbst«, schrie der Amerikaner. »Irgendjemand ist uns zuvor gekommen.« »Hier liegt die Kerze auf dem Fenster, sims Mr. Holmes«, sagte Gregson. »Aber was haben Sie im Sinn?« Holmes war ans Fenster getreten. Er hatte die Kerze angezündet und bewegte sie durch das offene Fenster vor und zurück. Dann blies er sie aus und warf sie auf den Boden. »Ich denke, das wird uns helfen«, sagte er. Er trat in tiefe Gedanken versunken zu den anderen, während diese die Leiche untersuchten. »Sie sagten, drei Leute hätten das Haus verlassen, während sie unten warteten«, sprach er endlich. »Sagen Sie sie genau?« »Jawohl.« »War ein Mann dabei, etwa 30 Jahre alt, mit schwarzem Bart und von mittlerer Größe?« »Ja, er war der Letzte, der an mir vorbeiging.« »Das ist der Mann, den Sie suchen«, vermute ich. »Ich kann Ihnen seine genaue Beschreibung beschaffen, und außerdem hat er musterhafte Fußspuren hinterlassen. Das genügt zunächst.« »Nicht ganz, Mr. Holmes, unter den vielen Millionen in London?« »Vielleicht nicht, deshalb hielt ich es für das Beste, die Dame zu ihrer Hilfe herbeizurufen.« Wir alle wandten uns bei diesen Worten um, da in der Türöffnung stand eine große, schöne Frau, die geheimnisvolle Bewohnerin von Mrs. Warrens Giebelzimmer. Langsam schritt sie vorwärts, das Gesicht bleich und von Angst und Furcht entstellt, die Augen mit entsetzlichem Blick auf den dunklen Körper am Boden geheftet. »Sie haben ihn getötet?«, flüsterte sie. »Oh, Dio mio, Sie haben ihn getötet.« Dann holte sie tief Atem und sprang mit einem Freudenschrei in die Luft. In die Hände klatschend tanzte sie im Zimmer umher. Ihre Augen funkelten vor Entzücken, und tausend wohlklingende italienische Ausrufe entströmten ihren Lippen. Es war merkwürdig und schrecklich, zu sehen, wie die Frau bei einem solchen Anblick halb verrückt vor Freude war. Plötzlich hielt sie inne und sah uns fragend an. »Aber Sie? Sie gehören zur Polizei, nicht wahr? Sie haben Giuseppe Giorgiano getötet, nicht wahr?« »Wir gehören zur Polizei, Madame.« Sie blickte suchend in die dunklen Winkel des Zimmers. »Aber wo ist Gennaro?«, fragte sie. »Mein Mann, Gennaro Luca. Ich bin Emilia Luca, und wir sind von New York. Wo ist Gennaro? Er rief mich doch soeben von diesem Fenster aus, und ich eilte herüber, so schnell ich konnte.« »Nicht er, sondern ich«, rief sie, sagte Holmes. »Sie? Wie konnten Sie das?« »Ihr Signalkode war nicht schwierig, Madame. Ihre Anwesenheit hier war wünschenswert. Ich wusste, dass ich nur die Zeichen für Vienni zu geben brauchte, und Sie würden sogleich kommen.« Die schöne Italienerin blickte scheu auf meinen Gefährten. »Ich weiß nicht, woher Sie das alles wissen.« sagte sie. »Wie konnte Giuseppe Giorgiano?« Sie hielt inne, und dann plötzlich erstrahlte ihr Gesicht in Stolz und Entzücken. »Jetzt verstehe ich. Mein Gennaro. Mein herrlicher, prächtiger Gennaro, der mich sicher vor Schaden und Gefahr bewacht hat. Er tat es mit seiner eigenen, starken Hand. Er tötete das Ungeheuer. Oh, Gennaro, wie herrlich bist du! Kann eine Frau je eines solchen Mannes wert sein. »Nun, Mrs. Luca«, sagte der prosaische Gregson, indem er seine Hand so wenig zart auf den Arm der Frau legte, als ob sie ein betrunkener Matrose wäre. »Es ist mir noch nicht ganz klar, wer oder was Sie sind, aber so viel weiß ich, dass wir Sie vor Gericht brauchen.« »Einen Augenblick, Gregson«, sagte Holmes. »Ich glaube, dass dieser Dame ebenso viel daran gelegen ist, uns aufzuklären, als uns etwas Näheres zu erfahren. Sie können sich denken, Mrs. Luca, dass Ihr Mann wegen des Todes des Mannes, der hier liegt, zur Rechenschaft gezogen werden wird. Ihre Aussage wird als Zeugnis dienen. Wenn Sie aber glauben, dass er aus anderen als verbrecherischen Gründen gehandelt hat, dann können Sie ihm vielleicht nicht besser dienen, als indem Sie uns die ganze Geschichte erzählen. »Jetzt, wo Giorgiano tot ist, fürchten wir nichts mehr«, sagte die Dame. »Er war ein Teufel und ein Ungeheuer, und kein Richter in der ganzen Welt wird meinen Mann dafür bestrafen, dass er ihn getötet hat.« »In diesem Fall«, sagte Holmes, »schlage ich vor, dass wir hier alles liegen lassen, wie wir es gefunden haben, die Türe abschließen und mit der Dame in ihr Zimmer gehen. Eine Meinung können wir uns erst bilden, wenn wir gehört haben, was sie uns zu erzählen hat.« Eine halbe Stunde später saßen wir alle vier in dem kleinen Wohnzimmer der Signora Luca und lauschten der Erzählung der erschütternden Ereignisse, von deren Abschluss wir Zeugen geworden waren. Sie sprach fließend, aber fehlerhaft. Um der Deutlichkeit willen, will ich ihren Bericht in gute Form bringen. »Ich bin geboren in Posiloppo, bei Neapel«, sagte sie. Mein Vater war Augusto Barelli, ein Advokat und früher Abgeordneter der Gegend. Gennaro war bei meinem Vater angestellt, und ich verliebte mich in ihn, wie es nicht anders möglich war. Er hatte weder Geld noch Stellung, nur seine Schönheit, Stärke und Tatkraft. So verbot mir mein Vater den Verkehr mit ihm. Wir flohen miteinander, heirateten in Bari, verkauften meine Schmucksachen, um die Überfahrt nach Amerika bezahlen zu können. Das war vor vier Jahren, und seither lebten wir in New York. Das Glück war uns anfangs hold. Es gelang Gennaro einem italienischen Herrn, einen Dienst zu erweisen. Er stand ihm gegen einige Straßenräuber bei, an einem Ort genannt Bauri, und erwarb sich dadurch einen mächtigen Freund. Sein Name war Tito Castellote, und er war der Hauptteilhaber der großen Firma Castellote und Samba, des größten Früchteimportgeschäfts in New York. Signor Samba ist leidend, und unser neuer Freund herrschte unumschränkt in dem Geschäft, welches mehr als 300 Leute beschäftigt. Er gab meinem Mann eine Anstellung, machte ihn zum Vorstand einer Abteilung und bewies ihm auf jede Weise sein Wohlwollen. Signor Castellote war Junggeselle. Er sorgte für Gennaro wie für einen Sohn, und auch wir liebten ihn, als wäre er unser Vater. Wir hatten ein kleines Haus in Brooklyn gemietet, und unsere Zukunft schien gesichert, als die düstere Wolke an unserem Himmel erschien. Eines Abends, als Gennaro von der Arbeit zurückkam, brachte er einen Landsmann mit. Sein Name war Giorgiano, und er kam auch von Posiloppo. Er war ein sehr großer Mann, wie Sie ja gesehen haben, denn Sie sind vor seiner Leiche gestanden. Aber nicht nur sein Körper war der eines Riesen, alles an ihm war riesenhaft, absonderlich und furchterregend. Seine Stimme dröhnte wie Donnergroll in unserem kleinen Haus. Es war kaum genug Platz für die lebhaften Bewegungen seiner langen Arme, wenn er sprach. Seine Gedanken, seine Gemütsbewegungen, seine Leidenschaften, alles war übertrieben und ungeheuerlich. Er sprach oder vielmehr brüllte mit solcher Gewalt, dass wir anderen nur still sitzen und den Schwall seiner Worte über uns strömen lassen konnten. Seine Augen funkelten und hielten jedermann im Bann. Er war ein wunderbarer und schrecklicher Mann. Ich danke Gott, dass er tot ist. Er kam wieder und wieder, doch merkte ich deutlich, dass Gennaro so wenig Freude an seiner Gegenwart hatte wie ich. Mein armer Mann saß bleich und still dabei, wenn unser Besuch seine endlosen Reden über Politik und soziale Fragen hielt. Gennaro sagte nichts, doch konnte ich in seinem Gesicht lesen, was ich nie zuvor darin gesehen hatte. Anfangs hielt ich es für Abneigung, dann allmählich merkte ich, dass es mehr als Abneigung war. Es war Furcht, tiefe, geheime, zitternde Furcht. In der Nacht, da ich mir darüber klar würde, legte ich meine Arme um seinen Hals und flehte ihn an bei seiner Liebe zu mir und bei allem, was ihm teuer war, mir nichts zu verheimlichen und mir zu sagen, weshalb dieser große Mann sein Gemüt so sehr verdüstere. Er erzählte mir und mein Herz gefrohr beim Zuhören vor Entsetzen zu Eis. Mein armer Gennaro war in seinen jungen und hitzigen Tagen, als die ganze Welt sich gegen ihn verbündet zu haben schien und er halb verrückt war über die Ungerechtigkeiten des Lebens, einer Gesellschaft in Neapel beigetreten, genannt der Rote Kreis, welche mit den alten Carbonari verbündet waren. Die Schwüre und Geheimnisse dieser Bruderschaft waren fürchterlich. Wer einmal aufgenommen war, konnte nie wieder davon loskommen. Als wir nach Amerika geflohen waren, dachte Gennaro, auch dieser Gesellschaft für immer entflohen zu sein. Wer beschreibt sein Entsetzen, als er eines Tages auf der Straße demselben Mann begegnete, der ihn in den Bund eingeführt hatte, dem Riesen Giorgiano, dem Mann, welcher in Süditalien den Namen Der Tod führte, denn seine Hände trieften von Blut. Auf der Flucht vor der italienischen Polizei war er nach New York gekommen und hatte auch in seiner neuen Heimat bereits eine Filiale der schrecklichen Gesellschaft gegründet. All dies erzählte mir Gennaro und zeigte mir eine Aufforderung, welche er am selben Tage erhalten hatte. Sie enthielt die Nachricht, dass an einem gewissen Tag eine Loge abgehalten würde und den strengen Befehl, daran teilzunehmen. Über dem Ganzen war ein roter Kreis gezeichnet. Das war eine schlimme Sache, aber es sollte noch schlimmer kommen. Schon seit längerer Zeit hatte ich beobachtet, dass Giorgiano, wenn er, was jetzt regelmäßig geschah, des Abends zu uns kam, viel mit mir sprach. Und selbst wenn er seine Worte an meinen Mann richtete, so verfolgte er mich mit seinen durchbohrenden Raubtierblicken. Ich hatte in ihm erweckt, was er Liebe nannte, die Liebe eines Wilden, einer Bestie. Eines Abends war Gennaro noch nicht zu Hause, als er kam. Er stürzte herein, presste mich in seine mächtigen Arme, bedeckte mich mit Küssen und flehte mich an, mit ihm zu gehen. Ich sträubte mich und schrie, als Gennaro eintrat und mir zur Hilfe eilte. Giorgiano misshandelte meinen Mann furchtbar und floh aus dem Haus, um es nie wieder zu betreten. In dieser Nacht hätten wir uns einen Todfeind gemacht. Wenige Tage später war die Zusammenkunft. Gennaro kehrte davon zurück mit einem Gesicht, welches mir sagte, dass sich etwas Grässliches ereignet haben musste. Es war schlimmer als alles, was wir uns hätten vorstellen können. Die Gesellschaft bezog ihr Vermögen aus Erpressungen an reichen Italienern. Wenn diese das Geld verweigerten, so wurden sie mit Gewalttaten bedroht. Auch an unseren lieben Freund und Wohltäter Kastalotte schienen sie in dieser Weise herangetreten zu sein. Er hatte sich geweigert und die Sache der Polizei übergeben. Es wurde nun beschlossen, ein solches Beispiel an ihm zu statuieren, dass jedem künftigen Opfer die Lust zu ähnlichem Handeln vergehen sollte. Bei der Zusammenkunft wurde nun beschlossen, ihn mit seinem ganzen Haus mit Dynamit in die Luft zu sprengen. Durch das Los sollte bestimmt werden, wer die Tat auszuführen hatte. Gennaro sah unseres Feindes Gesicht mit grausamem Lächeln auf sich gerichtet, als er seine Hand in den Beutel steckte. Ohne Zweifel war die Sache irgendwie vorher zurechtgemacht worden, denn als mein Mann die Hand zurückzog, lag darin der verhängnisvolle Befehl zum Mord. Er musste seinen besten Freund töten, oder er setzte sich selbst der Rache seiner Gefährten aus. Es gehörte zu ihren grausamen Satzungen, diejenigen, welche sie fürchteten oder hassten, nicht nur selbst, sondern alle, die sie liebten, mit dem Tode zu bedrohen. Gennaro wusste das und war halb wahnsinnig vor Furcht. Diese ganze Nacht saßen wir beisammen, die Arme umeinander geschlungen und uns gegenseitig tröstend und mutzusprechend. Am nächsten Abend sollte das Verbrechen ausgeführt werden. Am Nachmittag waren mein Mann und ich auf dem Wege nach London, aber nicht ohne unseren Wohltäter vorher gewarnt und die Polizei von allem in Kenntnis gesetzt zu haben, um sein Leben für die Zukunft gesichert zu wissen. Das Übrige wissen Sie selbst, meine Herren. Wir wussten, dass die Bande wie unsere Schatten hinter uns her sein würde. Giorgiano hatte auch noch seine Privatgründe zur Rache und wir wussten, wie unbarmherzig, schlau und unermüdlicher sein konnte. Die wenigen ruhigen Tage, welche wir hier hatten, benützte mein Geliebter, um mir einen Zufluchtsort auszusuchen, an dem ich keinerlei Gefahr erreichen konnte. Er selbst musste frei sein, um ungehindert mit der amerikanischen und italienischen Polizei in Verbindung bleiben zu können. Ich weiß selber nicht, wo und wie er lebte. Durch eine Zeitung ließ er mir ab und zu kurze Nachrichten zukommen. Aber einmal, als ich durch das Fenster blickte, sah ich zwei Italiener, welche das Haus bewachten. Es war mir sofort klar, dass Giorgiano irgendwie unser Versteck ausfindig gemacht hatte. Endlich teilte mir Gennaro durch die Zeitung mit, dass er mir von einem gewissen Fenster aus Zeichen geben würde. Als die Zeichen endlich kamen, waren es nur Warnungen, welche plötzlich abbrachen. Jetzt ist es mir ganz klar, dass er Giorgiano ganz in seiner Nähe wusste und dass er Gott sei Dank bereit war, ihm den gebührenden Empfang zuteil werden zu lassen. Und nun, Signori, frage ich Sie, ob wir irgendetwas von den Gerichten zu fürchten haben oder ob irgendein Richter auf Erden meinen Gennaro für das verurteilen könnte, was er getan hat. »Mr. Gregson«, sagte der Amerikaner zu dem englischen Detektiv, »ich kenne Ihre britischen Ansichten nicht, aber ich vermute, dass die amerikanischen Gerichte dem Gemahl dieser Dame außerordentlich dankbar sein werden.« »Sie muss mich jetzt zum Chef begleiten«, antwortete Gregson. »Wenn sich bestätigt, was sie gesagt hat, so glaube ich kaum, dass Sie oder Ihr Mann viel zu fürchten haben werden. Aber was mir noch ganz unverständlich ist, »Mr. Holmes, wie zum Kuckuck kamen Sie dazu, sich mit dieser Sache zu befassen?« »Schlussfolgerung, Gregson, Schlussfolgerung. Immer nach der alten Schule. Für dich, Watson, ist diese Geschichte ein neuer Beitrag zu deiner Sammlung. Übrigens ist es noch nicht 8 Uhr und im Covent Garden Theater wird eine Wagner-Oper gespielt. Wenn wir uns beeilen, kommen wir noch recht zum zweiten Akt. » » » » » Untertitelung des ZDF, 2020